Eine kleine Beispielaufgabe, die müssen wir uns nochmal gemeinsam anschauen, was da tatsächlich sonst gleich scheitert. Also ich habe zwei Winkel gegeben, ich habe eine Seite gegeben und gesucht ist eine weitere Seite. Normal könnte ich das ja bei einem rechtwinkligen Dreieck nur mit einer Seite nicht machen. Der Pythagoras war ja da eine Zeit lang noch möglich, aber mit einem Winkel geht das natürlich. Ich zeichne das Ganze erstmal in eine Skizze. Also wenn ich das jetzt hier berechnen müsste, würde das auch ohne Skizze reichen. Aber es ist dringend notwendig, dass ich eine Skizze mache, denn, das werden wir jetzt hier gleich sehen, das Problem ist nämlich, wo sind meine Punkte A, B, C und dementsprechend, wie liegen meine Seiten A, B, C. Also ich habe jetzt hier gewusst, dass der Winkel Alpha 90 Grad hat, dann zeichne ich den als nächstes ein. Dann weiß ich, dass meine Seite B 6 Zentimeter hat. Dann skizziere ich das eben hin, kann das ja hier ungefähr schreiben, es soll ja nur eine Skizze sein. Dann mache ich hier ungefähr einen Winkel, der 40 Grad hat und dann bin ich einigermaßen fertig und beschrifte das Ganze mit A, B, C. Das ist zwingend notwendig, denn ihr werdet ja sehen, vorher bei der Aufgabe, da war das Verhältnis A zu C. Hier kann natürlich A nicht in dem Verhältnis drin sein, denn A ist Hypotenuse. Ich muss das in jedem Fall immer neu aufstellen, so wie es auch beim Pythagoras schon der Fall war. Also, die Formel lautet ja jetzt der Tangens von 40 Grad, weil das ist gegeben und das verwenden wir ja am geschicktesten. Der da oben, den könnte man zwar auch verwenden, das zeige ich euch aber erst nachher. Tangens von 40 Grad ist Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist B und die Ankathete ist 6. Also lautet meine Formel, Tangens von 40 Grad ist 6 durch C. So, und jetzt muss ich das Ganze halt noch nach C auflösen. C liegt unten drin, da brauche ich immer zwei Schritte. Das heißt, erstmal mal C rechnen, damit es dann nach oben kommt. Das ist das gleiche wie ein Tricky Trick im Endeffekt. Ich kann ja auch Tangens 40 Grad Eintel schreiben, dann ist es wie zwei Brüche auf zwei Seiten, die ich dann über Kreuz multiplizieren kann. So, oder ich mache es eben in dem Fall einfach mit mal C, dann kriege ich es hier unten raus und da rüben rein. Dann habe ich das zusammenstehen. Nach C auflösen heißt aber noch, durch Tangens 40 Grad teilen und dann ist es 6 durch Tangens 40 Grad. C wäre dann gerundet, in den Taschenrechner eingegeben 7,15 Zentimeter. Ja, das wäre mein richtiges Ergebnis. Auf das richtige Ergebnis komme ich auch, wenn ich den Tangens von, lasst mich kurz rechnen, 50 Grad nehme. Der 90 plus 40 Grad gibt 130 Grad und zu 180 Grad hoch fehlen noch 50 Grad. Tangens von 50 Grad, nur dann muss ich das Verhältnis C zu 6 nehmen. Also genau andersrum. Denn jetzt ist C die Gegenkathete und jetzt ist B die Ankathete. Also deswegen immer eine Skizze machen. Das, was ich hier gemacht habe, ist natürlich die exakte Zeichnung. So aufwendig müsst ihr es ihr nicht machen. Skizze heißt Freihandzeichnung, aber mit ungefähren Winkelmaßen. Hier muss unbedingt der 90 Grad richtig sein und der hier ungefähr 40 Grad. Und dann fällt es auch leichter, die Punkte oder die Seiten reinzuschreiben, die gegebenen Größen reinzuschreiben. Und dann fällt es auch leichter, Gegenkathete und Ankathete zu finden.